Boah, das ist echt nicht schlecht. Kann ich die Firefighter-Axt haben? Nee. Aber ich nehme mal die Binoculars. Andi hier ist ganz schön viel Munition, hat der für dich. Ja, sehe ich gerade schon. Komm, Ballen, Buckshot. Was hat der noch? Oh. Sprite. Eine frische Banane. Und eine Pistole hat der Andi. Na, Pistolen bin ich echt gar kein Fan von. Dann nehme ich die mal. Ballen, Short-Tip of Arrow. Designed for Crossbow. Ey, da tatsächlich diesen seltenen Ballstab da. Das kombiniert den Mister mit dem Rope. Ah, nee, der ist ruined. Scheiße. Oh. Da ist alles ruined. Da musst du vorher die Munition immer splitten. Dann hast du nämlich nur eine Kugel, die ruined ist. Und die kannst du einfach wegschmeißen. Und ja. Oh, Handschuhe. Alter, ist das geil oder ist das geil, was er hat? Die Feuerwehr-Achse hast du weg. Nee, nimm du mir. Okay. Und nimm mal die Boots von ihm. Die sind auch ziemlich gut. Tja, Andi. Was da hier gestorben ist, ist nicht gut, glaube ich, oder? Besser in Altersschwäche gestorben. Okay. Ich will hier weg, Andi. Sofort, sofort. Ich bin doch gerade noch kurz die letzten... Versuche ich zumindest irgendwie zu nehmen. Bandage, inspect. Ich kann doch nicht mal zuwächst nehmen. Use, bandage, inspect. Ja doch, manchmal geht das, dass ich die Sachen irgendwo reinpacken kann. Aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Ja. Ach, ich glaube, das ist die Hose, die so fratze ist. Ah, ich bin sogar hydrated. Hydratet. Ach, und der Winter Hunter Pants hat mir doch nur einer. Andi, er hat Winter Hunter Pants. Yo, cool. Dann nehme ich die mir auch, glaube ich. Andi, ich will hier weg. Guck mal, ich habe schon wieder nichts in die Hosen. Aber dafür hat der geile Sternunterhosen. Habe ich mir bei dir noch Beine? Okay, bei mir nehme ich mich nicht. Yo, die Unterhosen, geil. Aber warte, hier ist noch mehr. Hier liegt noch eine Mulekzie. Ja, ja, lass uns weg. Neun Millimeter. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Bis hier links oder rechts? Ich renne Richtung Wald. Warte mal, da liegt da noch einer rum. Ja, ich sag doch, der ballert einer. Der ist so ein Sniper. Scheiß drauf, Andi, komm. Das hier war... Na, rechts bis zu links. Also da, hier lang. Vor allem, eigentlich ist die Stadt immer leer. Und jetzt sind ja schon direkt ein paar Tote rumliegen. Drei Stück schon. Oh, Zombie. Hallo, Zombie. Das war ich. Ja, das habe ich nicht gehört. Okay, ich bin nach rechts gegangen. Ich bin jetzt an der Garage. Wir sind in der Stadt. Da gibt es viele. An der Vogelscheid. Verdammt, wo bist du jetzt? Ach, du bist rechts? Also, wie gesagt... Ja, ich habe gedacht, du wärst... Okay, dann warst du nicht rechts. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, jo, jo. Voll ins Gesicht. Oh, jo. Oh, tomatoes. Ich höre schon wieder einen Ballern. Andi, da kommt etwas auf uns zu. Ja? Ja. Komm her, mein kleines Fräulein. Komm her. Ja, hier, hier. Ein Stück links. Ne, ich glaube, die ist noch auf... Oh nein, die backt die überall. Oh ja, das habe ich gehört. Okay. Das ist weiter. Hier ist nichts. Aber jetzt muss ich erstmal die Waffe nachladen, weil das geht ja leider nicht so ohne weiteres automatisch bei mir. Warum, weiß ich nicht. Nein. Was ist los? Ich habe einen Zombie gehört, deswegen habe ich immer einen. Das habe ich ja auch, aber irgendwie ist halt, glaube ich, ein Bug. Ja, also zumindest gab es den vorher. Ich habe gar nicht gehofft, dass die den schon erledigt hätten. Deswegen, die hörst du ziemlich häufig, hast du als die früher zumindest gehört. Hatte ich zumindest immer das Gefühl, ob man die häufig gehört hat. Alles in Richtung Wald. Das ist eine gewisse Grund... Okay, Richtung Wald. Ich sage, eine gewisse Grundausrüstung haben ja schon, sonst können wir uns eigentlich schon um Besseres kümmern. Vielleicht, dass wir uns alle sehen. Jo, dat, dat, dat wäre wirklich der Hammer. Genau, damit ich an die Laufaufmüze. Also ich habe jetzt ein Schild gefunden, aber erstmal muss ich essen und dann laufe ich hin. Jo. Ist das eigentlich normal, dass ich meine Finger immer auf 123 lege, anstatt auf WASD? Bisschen zuviel Diabolo? Ich habe es mir generell angewöhnt, immer die Zahlentasten auch auf meinem Waffe wechseln und so was. Was haben wir jetzt weg? Nein? Nein. Das ist geil mit der Sonne. Aber in welche Richtung... Jetzt bräuchten wir wirklich den Kompass. So ein Mist. Warte mal, habe ich eins? Habe ich eins? Natürlich nicht. Doch, ich habe eins. Jo, perfekt. Warte mal, dann schaue ich mal kurz, welche Richtung jetzt zum Erden. Der fehlt am schnellsten geht. Tapasho, Tap, oder sowas. Tapasho, Tap? Keine Ahnung. Erst Trip. Ja, wir müssen eigentlich nur nach Osten. Klein bisschen südöstlich. Ja. Dann kommen wir da hin. Dann in dem Sommer. Au! 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 Wo seid ihr denn? Ja, ich glaube, es ist eng geschmissen, Ani. Ähm, momentan nur noch in... Jo. Äh, wie heißt die Stadt jetzt nochmal? Nö. Ähm, ähm, ähm... Kava Kompass. Ne. Welche Tasse war nochmal Kompass? Ich schaue mal schnell kurz, welche Stadt wir sind. Also noch sind wir in Svet, 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 Svetla, Svetlojarsk. Kommen jetzt quasi gleich erstmal an Olschaf dabei. Aber dann können wir uns doch in... Krabatschnubab treffen. Also Krabatschnubab. Krabatschnubab. Das ist ja einfach bei euch die Straße links lang. Und ich müsste... Das ist drei Kilometer von mir entfernt. Nach weiter nach rechts. Ich suche die gerade. Ein Kilometer bis nach Xem. Wo auch immer Xem ist. Achso, Kelm, meinst du? Also... Kelm, ja, das ist ein bisschen noch hinter mir. Ach man, das ist recht weit südlich. Aber da kommen wir auch hin. Nur irgendwie funktionieren an mir die ganzen Tasten nicht so, wie sie funktionieren sollten. Ist irgendwie merkwürdig gerade. Ich glaube, ich disconnecte mal ganz kurz vom Server und komme wieder drauf. Und hoffe, dass das danach besser ist. So, wohin jetzt? Ich habe gute Verbindung. Warte, ich komme sofort wieder. Ich habe gerade mal kurz disconnectet, weil irgendwie waren noch die ganzen Keys bei mir nicht funktioniert. Spawning in 26 Sekunden. Ja, also ich konnte kein K... Ich meine, K oder C wäre Kompass gewesen. Jetzt habe ich so viel Munition dabei und ich kann nichts davon nutzen. Das ist ja echt fies. Sieben Sekunden noch. Also bei Xen, oder Kelm, oder wie auch immer der Kaff da heißt, da treffen. Ich bin jetzt bei BP NoHu oder sowas. Ich bin wieder da. Ach, da, da hockste. Wie geil die Pepsi hier heißt. Die heißt hier Pepsi. Hast du jetzt auch eine Maske? Ja. Nee, da bin ja ich selbst. Ich habe mich selbst vor mir. Ich habe auch eine Maske. Äh? Sieh sie? Ey. Ey, aber jetzt mal ohne Quatsch. Wie leck ich. Töte den, töte den. Alter, wie geil sieht das denn aus? Alter. Ey. Geil. Lass uns den looten. Ja. Ja, wir können den looten. Ja. Seien getötet. Er hat sich selber getötet. Ja, ich habe mich gerade... Andi, loote dich. Bis du geh nicht mehr. Boah, ist das geil. Boah, nein. Ich habe alles ruined. Gut, die Munition könnte ich noch retten. Also ich habe anscheinend meinen Tönister erwischt. Also meinen Rucksack. Ja, die Handschuhe kannst du noch nehmen. Ob ich auch die... Was habe ich denn hier für Sachen bei? Weißt du was, Andi? Ich nehme jetzt auch die Shotgun. Dann habe ich auch genug Munition. Jo. Du musst aber splitten die Munition. Zumindest die unteren aus dem Rucksack. Weil die ist ruined. Wenn du die splittest, dann kannst du sie immer wieder splitten. Und dann hast du nur noch eine Kugel geruunt. Und der Rest ist alles pristine. Ja, 15 Minuten brauche ich, bis ich da bin. Oh. Oh, ist ganz schön badly damaged. Ich nehme das mal. Wie gesagt, du musst die Munition nur splitten. Immer wieder splitten. Nee, ich behalte mal meine, aber finde ich ziemlich gut. Da komm, dann nehme ich zumindest hier ein bisschen... Aha. Nimm aber die Feuerwehr-Axt. Ja, ihr müsst am Ersttrip vorbei, ne? Warum höre ich dauernd Zombies an? Ja, genau. Haben wir jetzt gerade Auge, also zumindest nicht. So kann ich nicht diese Hosen nehmen. Vielleicht sind sie badly damaged. Nee. Na, die Jacke ist ruiniert. Ich habe sie jetzt mal daneben geschmissen, die Hose. Wenn ich sprinte, bin ich in neun Minuten da. Hey. Na ja. Guck mal, ich habe eine coole Unterhose. Ja, stimmt. Aber ich dachte, ich habe die Hocken daneben. Ja, jetzt kann ich dir nehmen. Ach, da bin ich. Jo. Jetzt sind wir noch die Jacke, da sind wir wirklich fast identisch. Bis auf die Rucksäcke. Und die Hutfarbe. Ja. War schon immer ein Traum von mir. Partnerlob mit dem Andi. Ja. Ja. So, Andi. Lass uns weiter. Jo. Jetzt muss ich nur gucken, wie funktioniert der Kompass natürlich nicht. Ich kann aber auch kein M drücken. Kannst du M drücken, einer von euch beiden? Ich habe eine Map gefunden. Ja, aber ob da überhaupt immer passiert, wenn du M drückst? Okay, bei mir nehme ich auch nicht. Du musst dir eine Hand nehmen und dann... Und dann kannst du auf die Karte gucken. Hier zusammen. Ich meine, da wurde... Wurde er nicht trotzdem zumindest immer der schwarze Schema jetzt sein? Ja, bei Daisy von früher, aber nicht bei dem. Ah. Links oder rechts? Ja, Mann. Ja, erst mal gucken, wie das hier mit dem Kompass jetzt aussieht. Ein Blast schwarze Schema, wo ich... Hauptsache, ich höre die ganze Zeit Zombies stöhnen. Schauen wir mal, ob er so... Und ob ich den, wenn ich den inspektiere, den Kompass damit an... Jo, so funktioniert der Kompass. Okay. Bist du noch bei mir? Interne. Jo. Okay, so warte mal. Das ist jetzt... Das ist nicht Richtung Norden. Ich will noch kurz gucken, wie ich auf Richtung Norden komme am besten. Dann... Dann müssen wir nämlich relativ weit südlich rennen. So, so... Jetzt noch ein Stückchen, da da ist Norden, das heißt... Oh, wenn ich das jetzt umdrehen würde, wenn ich jetzt zurück... Warte mal. Boah, ist das kompliziert. Ich glaube, wir müssen ungefähr hier lang, so wie ich jetzt gerade stehe. So rennen wir Richtung Süden auf jeden Fall. Richtung Südwesten ist da noch ein Stackner da. Mario, ist das blöd mit dem Kompass, wenn man den nicht so direkt aufrufen kann. So rennen wir ziemlich genau in Richtung Südwesten, das passt. Ja, dann los. Genau, auf die Sonne zu. Sonne entgegen. Richtung Bwedi. Wenn wir alle Richtung Sonne rennen, müssten wir uns eigentlich treffen. In der Sonne. Hier ist sogar ein Weg. Vielleicht finde ich den Weg auf der Karte. Nett wäre es ja, ne? Ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich habe gerade die Karte gefunden. Das heißt, wir laufen so eigentlich recht gut am Airstrip vorbei. Und hier ist wieder irgendwas Ladefeder. Du weißt nicht, wo du bist. Das ist schlecht. Ja, dann gucken wir mal. Hier ist ja ein On. Ach, hier ist Krem. Nee. On war. Was ist denn On war? Ich hatte gerade gar nicht auf der Karte. Ah, doch, Olscha. Wir sind jetzt schon in Olscha. Das heißt, wenn wir jetzt weiter Richtung Süden rennen, kommen wir... Also quasi die Straße weiter lang rennen. Dann kommen wir, keine Ahnung, nirgendswo aus. Loten wir Olscha noch? Ja, ne? Können wir gar nicht machen. Und du wolltest da ganz nach unten, nach Kälm. Kälm und Kras. Kachop Tap oder so, wie er nicht heißt. Gleich nach dem Airstrip. Gleich nach dem Airstrip. BNN oder was das ist. Ich versuche gerade... Also ich habe ja Olscha, Blunt Rocks, da sind sie nicht mehr nicht, da unten ist Kälm. Ja, weiter links, weiter links. Weiter links, Lumber Mill. Lumber Mill ist tiefer. Du musst höher. Höher und dann weiter links. Ja. Weiter links ist Wasser. Ja, das Recht. Ach, rechts. Ja, ja. Denn du bist nicht alleine, der rechts und links. Der Andi kann das auch nicht. Ja, da verwechselt das. Ey, ich finde das echt nicht... Ich habe jetzt Obrowka und da oben ist... Ja, weiter nach links. Weiter nach links. Obrowka, weiter nach links. Da kommt dann BNN, dieses Airstrip. Und wenn du noch weiter links gehst, dann kommt dieses Kramanow... Da ist nur Nussdorf irgendwas. Können wir ins Ratskirchen. Ich bin ja schon bei Wotzdorf. Ja, da bist du weit. Wo ist Wotzdorf? Novi Look. Zoom doch mal weiter aus der Karte raus. Wenn ich ganz aus der Karte rauszoome. Ja, dann kann ich aber gar nicht. Du musst bedenken, ich mache das mit dem Handy. Achso, ich dachte, du hast auch ein Tablet. Nee, leider nicht. Ja, das wusste ich nicht. Beziehungsweise, ich habe schon eins. Das habe ich nur nicht hier. Warte, das ist so ätzend auf dem Handy, weil es so klein ist. Warte mal, da ist der erste. Weiter nach links komme ich direkt nach Krasnostav. Ja, richtig. Ach, das ist das? Okay. Wir sind jetzt gerade in Olscher, dann laufen wir in Fallsch... Oh, da ist jetzt eine Antenne auf dem Berg. Wo ist denn eine Antenne? Ach, da. Da habe ich die Antenne auf dem Berg. So, wir müssen gleich von der Stadt aus einfach nur nach rechts laufen. Okay. Rechts? Oder links? Nein, wirklich rechts. Wollt ihr nur ärgern. Ja. Wirklich rechts. Ja, 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 ja. Schon wieder an mir vorbei, Andy. Die ersten Häuser habe ich gelootet. Oh, ich war die. Da war nichts drin. Ah, dann ist nicht perfekt. Also, aber die waren... Also, da war noch keiner. Das ist schon mal gut, aber es ist nur Schrott. Eine Sonnenbrille war da. Da kannst du jetzt reingucken. Ich gehe in das nächste rein. Und ein Brunnen ist schon mal hier. Ist da was drin? Achso. Brunnen? Wo, 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 wo? Zombie irgendwo? Andy, schau dir das an, Mann. Was hat denn hier für eine Hütte mit Sichel und so weit? Da ist hier in der Kapelle? Da du bist Christ, oder? Ich? Nicht? Getauft? Ja, wurde ich mal. Aber bin schon Ewigkeiten ausgetreten. Die wollen voll viel Geld im Monat. Ja, wie viel? 10 Euro? Hier ist ein Brunnen. Das müsste ich mal gucken. Also, ich weiß bloß, ich habe damals einmalig 30 Euro bezahlt. Andi, hier ist ein Brunnen.